Ja, und noch was, noch was hier aus dem Volksberg, also Baggi hat das nicht geschafft, der bleibt wohl hier, Amatsch hier auch, der junge Mann hier, Heine auch, der bleibt auch hier, der Torwart auch, da scheiß schwenke ich mal um, Leo bleibt auch hier, dann haben wir noch den, ja gut, aber sonst ist alles dabei, ich glaube den nimmt er nicht mit, der bleibt auch hier, Baggi war zu lange verletzt, aber wie gesagt, das ist alles in Ordnung, haut rein Jungs, alles klar, tschüssi, nur der HSV.